Seid ihr ganz herzlich willkommen. Mein Thema ist Wasser. Die Geheimnisse des Wasser. Schaut mal dieses Bild an. Das ist ein Wassermoleküle. H2O. Aber das verändert die Struktur. Je nach unserer Sprache. Je nach unserem Gefühl. Wasser nimmt Informationen auf und verändert die Struktur. Und so entstehen diese wundervollen Bilder. Das hat Dr. Masaru Emoto entdeckt. Er hat mit Frequenzenschwingungen gearbeitet und festgestellt, dass die Wasser die Struktur verändert und Informationen aufnimmt und speichert. Reagiert auf unsere Worte. Egal welcher Sprache das ist. Nimmt diese Schwingung auf und reagiert auch auf unsere Gefühle. Dr. Masaru Emoto hat diese Wassermoleküle fotografiert. Das ist sein Bild. Und so verändert sich die Struktur. Wenn wir ein Gebet aussprechen. Wenn wir mit Gott sprechen. Dann ändert sich die Struktur. Die Moleküle. Und entstehen diese wunderschönen Formen. Und weil unser Körper Großteil aus Wasser besteht. Auch unseren Zellen. Ich sehe daran auch eine Heilwirkung. Immer daran denken, was wir sagen. Wie wir uns formulieren. Bei Schimpfwörter wird die Struktur ganz anders aussehen. Und verliert diese Schönheit. Aber bleiben wir lieber in dieser göttlichen Energie. Bleiben wir bei unserem Gebet. Und ihr könnt das selbst auch sehen und erkennen. Wie wundervoll diese Struktur sich entfaltet. Wenn wir mit Gott sprechen. Und das war diese Information über Wasser. Die Geheimnisse des Wassers. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Infovideo. Und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und diesem Video erkläre ich, was war im früheren Leben. Was ist Karma überhaupt? Was passiert nach dem Tod? Was ist das Sinn des Lebens? Was bedeutet eine Seelenreise? Und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und führt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Vielen Dank.